Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines The Space One Starlink. Yay, vierte Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg nach Haven, zu... ...langen an einem Typen. Ach, das ist geil, wie ohne zu laden, wie man da direkt auf den Planeten kommt. Mega gut gemacht. So, klopf, klopf. Annäherungsalarm. Outlaw-Befestigungen entdeckt. Ich bin auf Haven. Wo ist jetzt dieser Freund? Wir suchen eine alte Raffinerie. Augen auf. Du müsstest bei einem Fluss sein. Verstehe. Also, Shade, kennt ihr euch eigentlich schon lange? Nichts für ungut, aber ich kann mir das mit dieser Freundschaft bei euch irgendwie schwer vorstellen. Hey, von Freundschaft war nie die Rede. Wir trafen uns, als er noch gearbeitet hat. Er war einer der übelsten Kopfgeldjäger in der Gegend. Er war? Eli ist ungefähr 300 Jahre alt. Er hat wohl zu viel von der Welt gesehen und ist etwas abgedreht. Er schimpfte immer, dass die Welt von dem Crackner gelenkt würde oder so. Eines Tages hat er einfach seine Sachen gepackt und sein eigenes Ding gemacht. Klingt nach mir. Als ich anfing, Starling zu entwickeln, versuchte ich, Gelder aufzutreiben. Alle dachten, ich wäre verrückt. Na ja, noch ist das nicht geklärt. Okay, was muss man hier machen? Normale Waffen sind gegen diesen Schild wirkungslos. Reflektieren Sie Geschützturmprojekt hier mit Ihrem Schild, um seine Verteidigung zu lindern. Ganz hab ich das nicht verstanden, ja. Hm, okay. Scheint eh nicht wichtig zu sein im Moment, weil wir da hin müssen. Interessant. 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 Ja, es waren eher zwei. Korruptes, kaltes, aber... Zur Erinnerung, Proben von korruptem Nova wie diese sind eine wertvolle Ressource. Sie wird bei Außenposten einen hohen Preis erzielen. Okay. Ich glaube, effektiv ist das hier nicht, was ich hier mache. Da sind aber noch mehr Kisten da oben zum Beispiel. Ich klicke aber wie gesagt noch nicht so ganz hundertprozentig durch. Das dauert auch wahrscheinlich noch etliche Zeit. Na komm, wir fliegen mal weiter. Annäherungsalarm. Outdoor-Befestigungen entdeckt. Ich werde angegriffen. Mayday! Von wem? Normale Waffen sind gegen diesen Schildenkungslos. Reflektieren Sie Geschützturmprojektile mit Ihrem Schild, um seine Verteidigung zu hindern. Bitte greifen Sie mich nicht an! Wum, linders! Unser Observatorium wird beschossen! Zur Hilfe, bitte! Wir haben ein Outdoor-Versteck ausfindig gemacht. Ich habe es auf die Karte geschickt. Eine mächtige Leistung, Mann. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank, Mann! Ohne Ihre Hilfe wäre ich Raubtierfutter. Das ist ziemlich viel, was dazu zum Anfang auf einen einpresselt, aber... Oh! Ich hoffe, die Orbitalperiode ist Ihnen zuträglich. Nein, vielen Dank. Vielleicht an einem anderen Außenposten. Ah, okay. Ich brauche Hilfe, um die Signale dort zu platzieren, wo Sie hingehören. Klar, wieso nicht? Großartig. Ich habe seine Position für Sie markiert. Holen Sie es, dann bringen wir es an einen besseren Platz. Jetzt bringen wir es an einen besseren Ort. Geht's so schwer. Oh, guck mal! Neue Tierchen. Hallo. Du bist aber ein schöner und stolzer. Teil-Scan abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Kein Problem. Äh. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anbumsen. Teil-Scan abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. DNA-Profil abgeschlossen. Vorne identifiziert. Wow, der ist wunderschön. Man nennt ihn den Sonnenschreiter. Angeblich ist er aber nicht allzu freundlich. Ich weiß nicht, was ich da gerade... Ich weiß nicht, was das da gerade ist. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das war schlecht. Das hat mich blockiert. Die Stachelklette hat sich angeheftet. Wirf die Stachelklette oder greif sie an, um sie zu entfernen. Schön, dass du mir das jetzt erst sagst. War eine Minute vorher. Teil-Scan abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. War jetzt gescannt. Da war dann noch eins. Finde ich schön, dass ihr so still haltet. Das finde ich echt mega gut. DNA-Profil abgeschlossen. Ich auch. Das sieht echt mega gut aus. Ja, das bessere No Man's Sky. Ich glaube, wenn es No Man's Sky nicht gegeben hätte, dann wäre das Spiel richtig erfolgreich gewesen. Und mit diesen Toys for Life hätten sie vielleicht ein bisschen runterfahren sollen. Das ist ja das Rotlichtgebiet. Die Position erscheint ideal. Na los, setzen Sie den Turm irgendwo hier in der Nähe ab. Turm ist online und betriebsbereit. Sehen Sie sich auf der Sternenkarte den erhaltenen Sichtzuwachs an. Und wenn Sie nicht verwendete Türme sehen, setzen Sie sie gerne auch ein. Schön, dass ich helfen konnte. Ich glaube, das hier war das Rotlichtviertel. Aber wir müssen noch dahin. Wir müssen noch ein bisschen Hauptkampagne machen. Wir müssen noch ein bisschen abholen können. Mein Name ist Razer. Meine Crew und ich schalten die Legion aus. Können wir helfen? Wasser proben deuten ein chemisches Unfall. Wir sind da, um zu helfen. Ich werde mich darum kümmern. Ich markiere die Position. Diese Pflanzen geben verrückte Biosignale ab. Was, wie ich hoffe, die Quelle dieser Messwerte ist. Was macht so Spaß? Einfach rumzufliegen und irgendwelche Missionen zu machen. Habe ich dich schon? Sonnenschreiter. Hallo. Dich habe ich schon. Sie sind nicht mit Expeditionstechnologie ausgerüstet, also seien Sie vorsichtig mit der Probe. Aufnehmen. Sonnen. Okay. Ich glaube, es war falsch. Was ist es? Was ist denn da? Ich habe es. Wunderbar. Seien Sie auf dem Rückweg vorsichtig damit. Ja. Sonnenanbeterblüten können sich auf der Suche nach Licht und Nahrung selbst bewegen. Erstaunlich. Aber so richtig. Man fällt in 49 Minuten, äh, 49 Sekunden, 45 Sekunden, oh. Ja, habe ich. Ruck dich mal. Freut mich, dass Sie mit mir teilen wollen, aber ich brauche das nicht. Okay. Okay, wie gesagt, dann versuchen wir jetzt mal die Hauptkampagne zu machen. Schon seit einer halben Stunde. Gefühlt. Könnte doch ein bisschen lecker sein. Schon ein bisschen kürzer. Was sagt denn die Sternenkarte von diesem Planeten? Oh, das ist auch viel zu tun, ey. Springerstock. Springerstock. Ich denke, wir werden da viel, viel, viel Zeit investieren in das Spiel. Okay, ich sehe die Raffinerie. Warnung. Stachelklette hat sich angeheftet. Wirf die Stachelklette oder greif sie an, um sie zu entfernen. Hallo? Immer zu Hause? Könnte sein, dass es im Hintergrund ein bisschen laut ist, aber ich muss das Fenster offen lassen. Cooler Wut. Aber ich bin nur mehr über die Legion erfahren. Hm, die Sache ist die, ich lasse mich nicht gern zum Narren halten. Wenn ich was tun soll, muss es sich für mich auch richtig lohnen. Okay, was soll ich machen? Prospektor. Meine Raffinerie durchkämmt das Gebiet. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Alter, das ist fantastisch. Den nächsten Alien-Bro eingetütet. Vergiss nur nicht, warum wir hier sind. Freunde sind gut. Informationen sind besser. Ich brauche einen glänzenden Stein, ungefähr halb so groß wie ein Schiff. Bitte einfach ein Stück herausschlagen und herbringen. Er klebt an meinem Schiff. Einer, da ist einer. So, seltenes Mineral. Dann helfen wir ihm mal. Weil solange wir Informationen und Antworten bekommen. Hallo. Die Dinger sind ja ein bisschen anhänglich. Hallo. Wir kennen uns auch nicht, gell? Das sieht aus wie ein großer, hässlicher Scheiß-Käfer. Die Dinger müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Ist da noch irgendwo einer? Ist da noch irgendwo einer? Hallo. Hessische Käfer. Bereits gescannt. Ist da noch irgendwie ein Bruder hier? Hallo. Na ja, wir werden irgendwann schon noch einem begegnen. Wir müssen aber erstmal ihm das hier bringen. Ich glaube, wir müssen noch zwei Aufgaben machen da oben, diese Punkte neben dem Namen. Neue Mod gesammelt. Das wird gehen. Machen wir es so. Diese Raffinerie stößt eimerweise Elektrom aus. Für diesen Gefallen gebe ich dann eben von Zeit zu Zeit etwas Elektrom ab. Na gut, reden wir. Es geht um ein bisschen, die Zahnräder unter unseren Füßen. Unser gefiederten Feinde hinter den Masken. Also, ich möchte nur wissen, wer die Legion kontrolliert, weil die unseren Käpt'n entführt haben. Gibt es da vielleicht einen Namen? Ich bezweifle es. Greggs zeigt sein Gesicht nicht gern. Greggs? Hat er die Drakes zu uns geschickt? Greggs sind seine Augen und Ohren. Er selbst kommt nicht raus. Es sei denn, die finden etwas wirklich Hübsches. Für mich zum Beispiel? Wieso also nicht etwas für uns beide tun und nachsehen? Ähm. Keine Schiffe. Warte, müsst ihr uns Dateien runter. Okay, es geht nach Zeit. Hacke den abgestürzten Drake. Oh Gott, wenn ich sehe, wie viel wir auf dem Planeten noch zu tun haben. Das ist Wahnsinn. Wenn man weiß, wo man suchen muss. Hacke den abgestürzt, okay. Aber was habe ich bekommen? Oder irgendwas? In Ordnung. Ich bin fast da. Die benötigte Information liegt im Inneren. Da kommt man nur mit einem Hack rein. Und nicht zu weit entfernen. Sonst bricht der Hack ab. Viel Glück. Datenentschlüsselung wird gestartet. Ah, okay. Das ist die Ultimo. Ähm. Ich will aber mal... Oh, warte mal. Da können wir noch... Stimmt. Eine oder andere Mod draufpacken. Nein. 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 Kommt schon. Ihr habt eh keine Chance. So denn her. Ja, da soll sie kommen. Ich habe jetzt keine Angst vor dir. Wo kommt die gerade einfach her? Entschlüsselung abgeschlossen. Es ist schwer zu übersetzen, aber der Ursprung des SOS-Notrufs ist eindeutig. Neue Entdeckung. Datenkern. Neue Macht gesammelt. Und ruft. Aber klar. Glaubt ihr, das ist dieser Grax-Typ? Ah, aber für ein unglücklicher Name. Nicht so viel auf Eli's Geschwätz geben. Er glaubt wohl, dass es wirklich Grax ist, der die Legion kontrolliert. Also der, der Grax. Alter, tut mir leid. Ich komm, mich mehr mit. Was ist dein Grax? Ach, eine beeindruckende Kreatur. Der Legende nach wurde er vor Jahrhunderten in einem vergessenen Grab geboren. Oder er lebt auf der Sonne und kommuniziert mit den uralten Hütern. Das hängt von der Geschichte ab. Oh, also ist er der schwarze Mann nur real? Das sind nur Geschichten, die sich die Outlaws erzählen. Keine Sorge. Das wird nichts bringen. Normale Waffen sind wegen diesem Schild wirkungslos. Reflektieren sie geschützt von Prolektive mit ihrem Schild, um seine Verteidigung zu mindern. Waffenkenntnis verbessert. Annäherungsalarm. Outdoor-Befestigungen entdeckt. Komm, ein bisschen spät. Gute mal, Lieben. Wir machen aber an der Stelle wieder Feierabend. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.